Vier Wochen ist es jetzt schon wieder her, seit ich zum letzten Mal ein Update-Video gemacht habe zum künstlichen Intelligenzportfolio von Danelfin. Jetzt war ich zum Handeln gezwungen. Warum, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Thomas Blaes und ich bin seit 15 Jahren als Trader und Investor an der Börse aktiv. Inzwischen bin ich nachhaltig erfolgreich und mit meinen Online-Kursen und YouTube-Videos möchte ich dir helfen, dass du das auch schaffst. Ein wichtiger Hinweis, dieses Video dient ausschließlich der Fortbildung. Es stellt keinerlei Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Was ist also passiert? Ich habe von Danelfin meinen täglichen Report zu den einzelnen Portfolios bekommen und im Deutschlandreport von heute steht drin, dass sich der AI-Score, der durchschnittliche Score der darin enthaltenen Aktien, auf 6 verringert hat. Das Problem ist, das Portfolio sollte mindestens einen durchschnittlichen AI-Score von 7 haben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man mit diesem Portfolio den Markt innerhalb der nächsten drei Monate outperformt. Und da wir das ja versuchen wollen, müssen wir nun wieder handeln. Ich sage wieder, weil ich bereits vor zwei Wochen eine solche E-Mail bekommen hatte und einige Aktien aus dem Portfolio rausschmeißen bzw. austauschen musste. Das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt mal in das aktuelle Portfolio und zeige dir genau, was ich vorgenommen habe und was wir jetzt heute wiederum für neue Konsequenzen ziehen. Gehen wir also rüber zu Danelfin in das aktuelle Portfolio und schauen uns mal den Stand der Dinge genauer an. So, ich habe mich jetzt hier mal eingeloggt in mein Konto und das Erste, was wir allerdings machen sollten, bevor wir uns die drei verschiedenen Portfolios anschauen, eines davon war das Deutschland-Portfolio, wie ich es genannt habe, wo wir Änderungen vornehmen müssen, gucken wir uns doch erst noch mal kurz die Entwicklung der letzten Wochen an seit Erstellung unserer Portfolios. Gucken wir erst mal auf die Entwicklung des DAX. Ich bin jetzt hier mal in Trading View und habe schon die entsprechenden Zeitpunkte markiert. Wir sehen hier an der vertikalen Linie, das war das Wochenende 26. und 27. April. An diesem Tag haben wir unsere Portfolios, die wir uns gleich anschauen, eröffnet. Seitdem war der Kurs dann hier im DAX gestiegen bis hier oben. Das war dann der Tag, wo wir das erste Update-Video gemacht hatten oder ich das erste Update-Video gemacht habe. Da hatten wir also steigende Kurse gesehen und seitdem sind jetzt wieder knapp vier Wochen rum. Und wir sehen, der DAX hat seitdem deutlich nachgegeben, ist seit Eröffnung der ganzen Geschichte mehr oder weniger von hier bis hier seitwärts gelaufen, hat glaube ich ein Minus von ungefähr 0,5 Prozent gemacht. Das sollten wir uns mal merken, also beim DAX ungefähr plus minus 0, etwa minus 0,5 Prozent. Und wenn wir uns dazu im Vergleich mal den amerikanischen Markt anschauen, dargestellt als Proxy hier mal der S&P 500. Das ist hier der E-Mini Future. Dann sehen wir auch hier wieder das Datum, zu dem wir unsere Portfolios aufgesetzt haben. Das war hier an diesem Tag, auch wieder am 26. April bis zum ersten Video-Update, sind die Kurse deutlich nach oben gelaufen. Das war auch im DAX so der Fall. Und hier im Gegensatz zum DAX ist auch seit diesem Update-Video der Preis des S&P 500 Futures deutlich gestiegen. Lass dich jetzt hier nicht irritieren von der Skalierung. Ich hatte daraus versehen noch eine andere Skalierung drin. Also wir sehen hier, die Kurse sind seit Eröffnung unserer Portfolios deutlich gestiegen. Hier beim S&P 500 von 5128 um ungefähr 400 Punkte seitdem. So, und jetzt gehen wir mal in die Portfolios und vergleichen mal unsere amerikanischen mit dem deutschen. Denn es heißt ja, die Danelfin KI will den Markt outperformen. Gucken wir doch mal, ob das gelungen ist. Gehen wir erst mal jetzt aber in unser Deutschlandportfolio, weil hier ist ja Handlungsbedarf angesagt. Wir sind bei einem durchschnittlichen Score von nur 6 angekommen. Und jetzt erkläre ich dir mal, was wir hier machen und was ich auch schon gemacht habe. Denn ich hatte schon vor zwei Wochen eine entsprechende E-Mail bekommen, wie ich sie dir gerade gezeigt habe. Und auf Basis dieser E-Mail habe ich damals schon das Portfolio zum ersten Mal umgeschichtet. Die einzigen drei Werte, die aus dieser ersten Umschichtung, also vom Ursprung des Portfolios, überhaupt noch drin geblieben sind, sind einmal hier die Continental, dann, was hatten wir noch, Heidelberger Zement und der dritte Wert war Infineon. Das sind die drei Aktien, die ich ursprünglich auch im Portfolio drin hatte. Alle anderen, das sind sieben, diese sieben, hatte ich vor zwei Wochen erst neu hinzugefügt. Und jetzt sehen wir hier, dass schon wieder einige Aktien unter den Durchschnittscore, den wir eigentlich brauchen, von sieben gerutscht sind. Nämlich die Adidas, die Thyssen Group, Fresenius, Grand City Properties und nun auch Infineon. Das heißt, wir tauschen jetzt diese Aktien einfach mal aus. Im Moment liegt die Rendite unseres Portfolios bei minus 1,51 Prozent seit der Eröffnung. Das heißt, wir sind im Moment etwas schlechter als der Markt, sprich der DAX seit der Eröffnung des Portfolios. Und deswegen ist das Erste, was ich jetzt mache, die Aktien mit einem Score von unter sieben aus dem Portfolio zu entfernen. Und dann in einem weiteren Schritt holen wir uns neue Aktien rein. Also wir löschen jetzt hier mal Adidas. Wir löschen Thyssen Group. Das mache ich einfach, indem ich hier hinten auf diese Mülltonne klicke. Hier, Fresenius fliegt raus, die haben auch nur fünf Punkte. Grand City Properties hat nur fünf und Infineon hat nur vier. Auch die schmeißen wir raus. Und jetzt haben wir also noch fünf Aktien drin. Und da wir zehn im Portfolio haben wollen, müssen wir jetzt fünf neue hinzufügen. Und das machen wir jetzt. Entschuldige diese kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter. Aber ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieses Video gefällt, dann sei doch so gut und gib ihm ein Like und abonniere meinen Kanal. Das motiviert mich wiederum, weitere solche Videos zu erstellen mit noch mehr nützlichem Inhalt. Und so haben wir beide etwas davon. Herzlichen Dank. Dazu gehe ich jetzt hier oben in den Bereich European Market. Und dann suchen wir uns unter dem Reiter Deutschland. Wir haben ja hier alle Länder drin in Europa. Aber jetzt gehen wir hier auf Germany. Und jetzt suchen wir uns einfach willkürlich die ersten fünf aus. Das sind die mit dem höchsten Score, weil die sind hier geordnet nach dem AI-Score. Und dann sehen wir, die haben alle einen Score von mindestens sieben. Und jetzt sagen wir einfach hier Add to Portfolio bei den ersten fünf. Das sind Freenet. Müssen wir hier anklicken. In das Deutschlandportfolio soll das aufgenommen werden. Gehen hier auf Save. Dann nehmen wir die Hannover Rück rein. Auch die soll ins Deutschlandportfolio. Die zweite. Dann nehmen wir die Deutsche Börse. Packen auch die rein. Das ist die dritte. Brauchen wir noch zwei. Commerzbank. Ich glaube, die hatten wir sogar schon mal im Portfolio. Als Nummer vier. Und dann die Gea Group. Add to Portfolio. Und jetzt haben wir fünf hinzugefügt. Und müssten jetzt eigentlich in unserem Deutschlandportfolio wieder zehn Werte drin haben. Lass mal schauen. Meine Portfolios. Deutschland. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Genau. Das ist jetzt unser Portfolio. Und jetzt lassen wir das hier weitere vier Wochen laufen und gucken dann einmal, wie sich das weiterentwickelt. Lass uns ganz kurz noch einen Blick auf die anderen beiden Portfolios werfen, die wir hier vor einigen Wochen, nämlich Ende April, installiert haben. Einmal Trade Ideas, drei Monate und USA-Aktien. Wir sehen hier schon auf den ersten Blick. Beide haben einen Average Score von acht beziehungsweise zehn. Müssten deswegen entsprechend im Plus liegen. Lass uns das mal schauen. Wir sehen hier bei dem ersten Portfolio, wie viele Werte sind im Plus. Eins, zwei, drei, vier, fünf und fünf im Minus. Und wir sehen aber trotzdem, wir haben eine Performance von 5,79 Prozent in den letzten ungefähr acht Wochen. Das heißt, hochgerechnet wären das aufs Jahr über 30, fast 35 Prozent. Jetzt müssten wir mal gucken, was denn der S&P 500 in dem Zeitraum gemacht hat. Das hatte ich noch gar nicht nachgeschaut. Lass uns hier mal gucken. Preisspanne, was hat der denn bis heute für eine Performance hingelegt? Wir sind jetzt ungefähr hier. Das heißt, wir haben jetzt hier 7,46 Prozent. Also ist dieses Portfolio dennoch, trotz seiner positiven Performance, noch unter dem Markt. Also wir haben jetzt zwei Monate rum und das Versprechen wurde sozusagen noch nicht eingelöst. Macht aber nichts. Jetzt gucken wir uns mal das andere an, USA-Aktien mit dem Average von 10. Das müsste also noch ein bisschen besser performt haben. Und da sehen wir in der Tat, hier liegt die Performance bei 11,95 Prozent, also deutlich höher als beim Markt. Und hier sind acht von zehn Aktien im Plus. Negativ ist nur WW Granger Incorporated und Super Micro Computer mit jeweils rund 1,6, 1,8 Prozent. Und ansonsten haben wir hier sehr viele große Gewinner. Nvidia weiterhin an der Spitze mit 43 Prozent plus. Und dann noch viele andere Werte mit einer zweistelligen Performance. So, wir haben also jetzt umgeschichtet. Schau dir einfach in Ruhe vielleicht nochmal das Video vom letzten Mal an oder auch zur Eröffnung der Portfolios. Ich packe dir die alle nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Und ansonsten würde ich sagen, setzen wir diese Reihe hier fort in vier Wochen. Dann sind nämlich drei Monate um. Und wir können dann wirklich beurteilen, ob diese Künstliche Intelligenz in der Lage war, den Markt über drei Monate zu schlagen. Bis dann. In diesem Video steckt sehr viel Recherche, Aufwand und Zeit. Falls dir also das Video gefallen hat, hinterlass mir doch bitte ein Like und abonniere meinen Kanal. Damit unterstützt du mich und damit auch automatisch die Produktion weiterer solcher Videos. Herzlichen Dank.